Hallo, ich bin Simon und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute lese ich aus Richard David Prechts Wer bin ich und wenn ja, wie viele, das zwölfte Kapitel. Madison, das Schwert des Drachentöters. Und es wird die Frage beantwortet, warum wir anderen helfen. Unter anderem in diesem Kapitel der Verhaltensforscher Franz de Waal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Die Situation war gespenstisch. Als die drei Typen auftauchten und vorn angriffen, blieben alle anderen wie erstarrt stehen. Keiner rührte sich vor Schreck. Die drei schlugen vorn und bissen sie sogar. Vorn war ein zartes Mädchen und ihre Angreifer waren ihr körperlich weit überlegen. Aber keiner der Umstehenden griff ein. Der Kampf war ungleich und heftig. Regelmäßig blickten sich die Angreifer um und nahmen Vorns Mutter und Schwestern ins Visier. Sie drohten ihnen, um ihnen Furcht einzuflößen. Vorn selbst war völlig außer sich vor Angst. Irgendwann verloren ihre Angreifer die Lust an der Quälerei und verzogen sich. Sie ließen vorn einfach auf dem Boden liegen. Eine ganze Weile lag sie auf dem Bauch und schrie laut. Dann sprang sie plötzlich auf und rannte davon. Später saß sie zusammengekauert da und machte einen elenden, erschöpften Eindruck. Ihre ältere Schwester kam jetzt zu ihr und legte den Arm um sie. Als Vorn, benommen wie sie war, nicht reagierte, zog und zupfte ihre Schwester sie sanft, als Versuche sie, Vorn aufzuwecken, und umarmte sie dann erneut. Schließlich kuschelten die beiden Schwestern sich aneinander. Diese dramatische Szene ist eine reale Geschichte. Sie ereignete sich so in den 80er Jahren in Madison im US-Bundesstaat Wisconsin. Aber keine Polizei griff ein und keine Zeitung berichtete davon. Allein der Niederländer, Franz de Waal, war Zeuge und erzählte später von dem Überfall. Der Grund dafür ist leicht benannt. De Waal ist Verhaltensforscher. Der Angriff auf Vorn ereignete sich im Wisconsin National Primate Research Center. Und Vorn, ihre Familie und ihre Angreifer sind Rhesus-Affen. Seit 30 Jahren beschäftigt sich De Waal mit Affen. Zunächst studierte er die Schimpansen im Zoo von Arnheim und entdeckte bei ihnen erstaunliche Verhaltensweisen. Schimpansen sind sehr soziale Tiere, die ein Leben in der Gemeinschaft brauchen. Das weiß heute fast jedes Kind. Aber als De Waal mit seinen Studien begann, war darüber noch sehr wenig bekannt. Er fand heraus, dass Schimpansen tricksen, lügen und einander betrügen. Aber sie sind auch zärtlich und anhänglich und bauen sehr komplizierte soziale Beziehungen zueinander auf. Das Buch, das De Waal über die Schimpansen von Arnheim schrieb, trägt den bezeichneten Titel Wilde Diplomaten. Doch nicht nur Schimpansen, sondern auch andere Affen sind zu Gefühlen wie Mitleid oder Zuneigung fähig. Die Schwester des Rhesusaffenweibchens, Fawn, hatte sie umarmt und sich an sie gekuschelt. Offenbar konnte sie die Verletztheit ihrer Schwester spüren und wollte ihr etwas Gutes tun. Obwohl der genetische Unterschied zwischen Rhesusaffen und Menschen bei etwa drei Prozent liegt, finden sich bereits bei diesen Affen Fähigkeiten, die etwas mit Einfühlungsvermögen und mit moralischem Verhalten zu tun haben. Doch wo kommen diese Gefühle her und warum gibt es sie? Die Frage ist schwieriger, als es zunächst aussieht. Als Charles Darwin in der Mitte des 19. Jahrhunderts bewies, dass Menschen nahe Verwandte der Menschen Affen und damit Tiere sind, war auf einmal sehr überzeugend erklärt, woher das Böse im Menschen kommt. Es ist sein tierisches Erbe. Darwin erklärte den Prozess der Evolution mit Wörtern wie »Dem Kampf ums Dasein« und »Dem Überleben der Tauglichsten«. Zwar hatte er diese Begriffe nicht selbst erfunden, aber er hatte sie als Erster dafür benutzt, um zu beschreiben, wie alle Lebewesen vom Grashalm über die Ameise bis zum Menschen miteinander und untereinander konkurrieren. Einfach betrachtet bedeutet dies, Milliarden und Abermilliarden Organismen sausen durch die Welt mit einem einzigen Auftrag. Meine Erbsubstanz ist die wichtigste Substanz auf der ganzen Erde. Damit sie überleben kann, ist es gerechtfertigt, dass die anderen zu kurz kommen, leiden oder, wenn nötig, sterben. Und jeder einzelne Mensch, sie und ich, gehören dazu und spielen in diesem bösen und unmoralischen Spiel mit. Doch Darwin war ein sehr vorsichtiger Mann. Das Prinzip, das er erkannt hatte, war ihm selbst nicht ganz geheuer. Zumindest weigerte er sich, aus seinen Einsichten in die Biologie die Schlussfolgerungen über das Zusammenleben der Menschen zu ziehen. Andere allerdings haben es getan und fürchterliche Dinge behauptet, etwa, dass auch unter den Menschen nur die Besten und Stärksten überleben sollten und dass man Kranke und Schwache einfach töten dürfe. Darwins Belege dafür, dass der Mensch ein Tier sei, stifteten unter den Philosophen große Unruhe. Was ist die wirkliche menschliche Natur? Als Rousseau von der Natur sprach, dachte er sich die Natur als einen Idealzustand von ungetrübtem Glück. Aber war die Natur tatsächlich gut? War sie nicht auch barbarisch, rücksichtslos und grausam? Der Hörsaal in Oxford ist brechend voll, als Thomas Henry Huxley, ein enger Freund Darwins, im Jahr 1893 einen Vortrag hält. Evolution und Ethik lautet das anspruchsvolle Thema und die Menge lauscht andächtig den Worten des großen Naturforschers. Die Natur, so verkündet Huxley, sei nicht gut, sondern grausam, tückisch und dem Menschen gegenüber völlig gleichgültig. Der Mensch ist definitiv ein Tier und er verdankt seine Existenz dem Zufall. Nicht einer klugen Vernunft, einem Masterplan hat die Menschheit ihre Existenz zu verdanken, sondern einer Abfolge von affenähnlichen Tierarten. Wenn es also nur Chaos und keinen Masterplan gab, so folgerte Huxley, dann konnte auch der Wille zum Guten oder zur Vernunft keine Eigenschaft der Natur sein. Für Huxley war Rosos angeborene Liebe zum Guten völliger Unsinn. Tiere und Menschen waren nicht von Natur aus gut, sondern sie waren völlig unmoralisch. Doch auch Huxley konnte nicht daran vorbeisehen, dass Menschen in der Lage waren, sich moralisch zu verhalten. In England, dem Land, in dem er lebte, gab es Gesetze. Das Töten und Bestehen von Menschen war verboten. Der Staat war geregelt und die Bürger konnten auf die Straße gehen, ohne jederzeit um ihr Leben fürchten zu müssen. Wo aber kam diese Ordnung her? Nun, die Zivilisation und die Kultur bändigen das Zusammenleben der menschlichen Bestien, meinte Huxley. Es war das genaue Gegenteil dessen, was Rosos gesagt hatte. Für Rosos war der Mensch gut, aber die Zivilisation schlecht. Für Huxley war der Mensch schlecht, aber die Zivilisation hielt ihn im Griff. Die Moral, schrieb Huxley in seiner schönen, blumigen Sprache, ist keine natürliche Eigenschaft des Menschen, sondern ein scharf geschmiedetes Schwert mit dem Auftrag, den Drachen seiner tierischen Herkunft zu schlachten. Wer, wie Rosos, davon überzeugt war, dass der Mensch von Natur aus gut war, der musste erklären, woher das Böse unter den Menschen kam. Im Fall von Huxley aber war es genau umgekehrt. Wenn der Mensch von Natur aus schlecht ist, woher kommt dann das Gute, jenes scharf geschmiedete Schwert, um den Drachen seiner tierischen Herkunft zu schlachten? Da Huxley nicht religiös war, konnte das Schwert für ihn nicht in Gott seinen Ursprung haben. Aber woher kam es dann? Wie war es möglich, dass das Zusammenleben von lauter Menschenbestien zu einer ziemlich gut geregelten Gesellschaft geführt hatte, wenn von Natur aus nichts Gutes im Menschen da ist? Wo kommt die Moral her, wenn sie nicht der menschlichen Natur entsprechen soll? Kurz gesagt, warum ist der Mensch moralfähig? Die Frage ist also, ob nicht doch etwas von Natur aus im Menschen angelegt ist, das ihn dazu bringt, sich gut zu den anderen Menschen zu verhalten. Hätten Darwin und Huxley so viel über Affen und Menschenaffen gewusst wie Franz de Waal, wäre ihnen die Erklärung leichter gefallen und manches schreckliche Missverständnis wäre vielleicht nie entstanden. Moral, erklärt der Primatologe, widerspricht nämlich durchaus nicht der Evolution. Was manchen wie ein blödsinniger Fehler von Mutter Natur erscheint, die sonst nur das Recht des Stärkeren kennt, ist eine biologisch ausgeklügelte Fähigkeit. 30 Jahre Beobachtungen von Affen haben ihn davon überzeugt, dass Gutsein und Helfen Verhaltensweisen sind, die sowohl dem einzelnen Affen wie der ganzen Gruppe große Vorteile bringen können. Je mehr sich die Affen untereinander helfen und füreinander sorgen, umso besser ist es für die ganze Gemeinschaft. Die Art der sozialen Hilfe kann dabei sehr unterschiedlich sein. Bereits die vier großen Menschenaffen, Orang-Utans, Schimpansen, Bonobos und Gorillas unterscheiden sich stark. Während Sex bei Schimpansen fast immer etwas mit Macht, Dominanz und Unterwerfung zu tun hat, nutzen Bonobos ihren sehr häufigen Sex, um jede Art von Spannungen so schnell wie möglich abzubauen. Bonobos vergnügen sich nahezu den ganzen Tag miteinander. Besonders gerne übrigens in der sogenannten Missionarsstellung, bei der man sich in die Augen guckt. Genau genommen müsste sie also Bonobostellung heißen, denn die Bonobos kannten sie schon lange vor den Missionaren. Der Kampf ums Dasein findet nicht unter isolierten Tieren statt. Das waren Darwins und Huxleys Gedankenfehler. Menschen sind keine gnadenlosen Einzelkämpfer oder wenn, dann nur in seltenen Ausnahmefällen. Die meisten von uns sind zugleich Mitglieder einer Familie und bewegen sich in größeren sozialen Gruppen. Hier gibt es nicht nur Verdrängungskämpfe, sondern wir sorgen uns zugleich auch um andere Gruppenmitglieder. Die Fähigkeit, im Sinne eines anderen zu denken und zu handeln, nennt man Altruismus. Auch Menschenaffen kennen altruistisches Verhalten. Es hat viele Facetten. So unterscheidet Debal einen auf Gesamteignung abzielenden Altruismus, wie die instinktive Liebe einer Mutter zu ihrem Kind, von einem wechselseitigen Altruismus. Gerade der wechselseitige Altruismus könnte sehr gut der Ursprung der menschlichen Moral gewesen sein. Ein Menschenaffe hilft einem anderen, damit dieser ein anderes Mal vielleicht ihm hilft. Er unterlässt bestimmte Gemeinheiten, damit die anderen nicht auch gemein zu ihm sind. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Diese wichtige Regel gilt ganz offensichtlich auch für Menschenaffen. Nicht nur die menschlichen Schwächen, Aggressionen, Hinterlist und Selbstsucht sind Überbleibsel aus unserer Vorzeit als affenähnliche Wesen, sondern auch unsere edlen Charakterzüge. Auch sie sind ein Teil unserer ursprünglichen biologischen Natur. Schon Rousseau war ja davon ausgegangen, dass die Fähigkeit zum Guten ein alter, urweltlicher Instinkt sein muss. Nichts anderes als unsere urwüchsige Selbstliebe zwinge uns dazu, im Einklang mit dem Instinkt gut zu sein. Für Rousseau war das Gutsein die einzige natürliche Verhaltensweise des Menschen. Für Deval dagegen sind Zuneigung, Rücksicht und Fürsorge typische Affeninstinkte unter anderem. Es gibt sie, aber sie stehen nicht allein, sondern befinden sich in steter Konkurrenz zu Aggressionen, Misstrauen und Egoismus. Menschen und Affen sind also weder gut noch schlecht. Sie sind zu beidem fähig und das eine ist so natürlich wie das andere. Die Antwort heißt also sowohl als auch. Doch wenn die Fähigkeit zum Gutsein nur ein Instinkt unter anderem ist, wer oder was sorgt dann dafür, dass sie angewendet wird, was macht sie zu einem verbindlichen Grundsatz in der menschlichen Gesellschaft? Kapitel 13 Das Gesetz in mir Warum soll ich gut sein? Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe es hat euch gefallen und ich freue mich auch immer über Kommentare unter dem jeweiligen Video. Und wenn ihr keins mehr verpassen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir müssen genauer bachelor bei uns, bis zum nächsten Mal. Und dann ist Material ein Eiweiß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. ...